Halli, ihr Schildkröten. Das Buchpreislesen ist ja schon in vollem Gange. Bei mir ist es eher so in halbem Gange, aber immerhin ist es im Gange. Und da übermorgen ja schon die Shortlist verkündet wird, dachte ich mir, mache ich dann heute doch endlich mal ein Video zum Buchpreis und gebe noch ein bisschen meinen Senf zu allem, was mir dazu so einfällt. Ich habe es leider einfach vorher nicht geschafft, obwohl ich gerne auch schon die Longlist kommentiert hätte und alles. Aber erstens hatte ich eh nicht so viel zu sagen dazu, weil ich die meisten Bücher gar nicht kannte. Es war doch eine ziemliche Überraschungsliste. Ich glaube auch nicht nur für mich. Und zweitens habe ich halt einen Tag, bevor die Longlist verkündet wurde, einen neuen Job angefangen. Und mein Kopf war einfach so voll mit all dem Neuen und ist es auch immer noch, dass ich abends und am Wochenende schon froh war, wenn ich einfach nur ein bisschen Muß zum Lesen hatte. Aber da hatte ich nicht noch Muße, irgendwie ein großes Video aufzunehmen. Deswegen verzeiht es mir bitte. Aber jetzt habe ich ein bisschen Zeit mitgebracht und ich glaube, das Video wird auch ein bisschen länger. Was will ich hier machen? Ich glaube, ich sage noch mal kurz was zu meinem ersten Eindruck zur Longlist. Erst dann zu den Büchern, die ich gelesen habe, zu den Büchern, die ich gern noch lesen würde. Und dann vielleicht zum Schluss wage ich ein kleines Shortlisten-Orakel, obwohl wenn ihr mein Kurzvideo zu meinem Longlist-Orakel gesehen habt, also da habe ich ja so daneben gelegen. Immerhin hatte ich recht mit die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe, dass ich noch nicht gelesen hatte und auch immer noch nicht gelesen habe. Aber da hatte ich recht, dass das auf die Longlist kam. Mit dem anderen lag ich alles so daneben. Und ich war mir so sicher bei Julia Schochs, das Liebespaar des Jahrhunderts, so sicher. Und deswegen fangen wir doch jetzt auch einfach mal an mit der Longlist. Also wie gesagt, für mich war es eine ganz schöne Überraschungsliste. Es ging mir auch mal wieder so, dass ich vor dieser Liste saß und ein paar Sachen, sowas wie Vatermal zum Beispiel, da war ich mir relativ sicher, dass das drauf landen würde. Die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mich sehr gefreut über die Nominierung von Rafaela Edelbauers, Die Inkommen zu Rabeln. Das lese ich auch gerade. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Nominierung von Sets, Monde vor der Landung. Und dann gab es so ein paar, von denen ich zumindest schon mal was gelesen hatte. Also Drifter, also nicht die Bücher gelesen, sondern den Klappentext gelesen. Drifter von Ulrike Sterblich. Könnt ihr euch ja vielleicht noch erinnern, dass ich das in der Herbstvorschau genannt habe und da so ganz unsicher war, ob ich das lesen soll. Und dann Theresa Preauers Kochen im falschen Jahrhundert hatte ich auch schon hier zu liegen zum Beispiel. Also das kannte ich zumindest vom Titel. Maman von Sylvie Schenk hatte ich schon mal irgendwie, lief schon mal über meinen Bildschirm. Paradise Garden von Elena Fischer hatte ich ja auch in meiner Herbstvorschau. Und Gittersee von Charlotte Gneus lief auch schon mal irgendwie über meinen Bildschirm. Also es war so ein bisschen 50-50, aber es war halt wieder so, dass ich gar nichts gelesen hatte von der Longlist. Als die Longlist verkündet wurde, hatte ich aber zumindest drei Bücher schon zu Hause, die da drauf standen. Das war, wie ich eben schon sagte, Theresa Preauers Kochen im falschen Jahrhundert. Das liegt schon tatsächlich eine ganze Weile hier, ich glaube seit Erscheinen, also schon ein bisschen länger. Dann hatte ich Clemens J. Setz Monde vor der Landung. Das hatte ich mir gekauft, weil es ja auch in Leipzig für den Leipziger Buchmessenpreis nominiert war. Und dann dachte ich, ja, das will ich lesen. Ich wollte schon immer was von Setz lesen und das klingt spannend. Und ich habe auch schon ins Hörbuch reingehört und ich finde immer noch, dass es spannend klingt. Und es ist immer nur, weil es so dick ist. Und ich glaube schon auch ein bisschen anspruchsvoller, dass ich es halt noch nicht gelesen habe. Aber es liegt auf der dringenden Liste. Und dann hatte ich mir ja relativ kurz vorher die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe gekauft. Hatte auch schon angefangen, aber noch nicht so wirklich. Also die ersten zehn Seiten, die mir sehr gut gefallen haben und die Lust auf mehr gemacht haben. Und dann habe ich aber erst mal doch zu was anderem gegriffen. Weil das doch wieder ein relativ schweres Thema ist, so mit DDR und Familienaufarbeitung und überhaupt. Und dann schlug auch der Buchpreiswahn quasi bei mir zu. Dann habe ich mir nämlich Elena Fischers Paradise Garden gekauft, weil das irgendwie in einem Buchladen meines Vertrauens, in dem ich war, so quasi sehr schön präsentiert war. Und dann habe ich, und das hat mich selber überrascht, ich habe in diesem hübschen Leseproben-Büchlein, habe ich die Leseprobe gelesen von Drifter und war so angetan davon, dass ich mir das Buch schwupps gekauft habe und ein bisschen Angst hatte, dass es dann vielleicht nicht so gut bleiben würde. Aber ja, ich sage gleich nochmal was dazu. Ich mochte dieses Buch sehr gerne und wie schön ist dieses Cover, bitte. Und dann habe ich mir Theresia Mora, Muna oder die Hälfte des Lebens gekauft. Ist zum Beispiel auch so ein Buch. Ich mag Theresia Mora. Ich habe bisher erst ein Buch von ihr gelesen, aber das habe ich sehr, sehr geliebt. Und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ein neues Buch von ihr erschienen ist. Und habe mich dann umso mehr gefreut. Also das ist egal, ob es jetzt auf die Shortlist kommt oder nicht. Auf jeden Fall wird das demnächst noch gelesen, weil ich weiß, dass Theresia Mora einfach großartig, großartig schreibt. Und dann, weil ich ja noch nicht genug Lesestoff hatte, den ich bis dato auch überhaupt noch nicht angerührt hatte, habe ich mir noch Angelika Klüssendorfs Risse gekauft. Wie ihr ja wisst, ich bin ein großer Fan von Angelika Klüssendorfs April oder das Mädchentrilogie. Je nachdem, wie man sie nennen will, die mochte ich sehr, sehr gern. Und deswegen dachte ich, ja, das ist ein Buch für mich. Und dann habe ich mir noch gekauft, Raffaella Edelbauers. Die inkommensurablen. Und das lese ich gerade. Ich bin noch nicht ganz bei der Hälfte. Aber gefällt mir gut bisher. Wie ihr merkt, habe ich schon wieder ganz schön viel gekauft. Also ich habe diese Bücher tatsächlich auch alle gekauft. Ich habe die nicht als Rezensionsexemplare bestellt, weil mich irgendwie so eine Form von FOMO ergriffen hat, weil ich unbedingt mitreden wollte und unbedingt am Buchpreislesen teilhaben wollte, auch wenn ich gar nichts wirklich geschafft habe zu lesen, weil ich einfach viel zu müde war und mein Kopf so voll. Ja, und dann, das war so ein bisschen Déjà-vu von, was war denn das? Ich glaube 2020, da hatte ich das auch. Da habe ich ganz viel gekauft und ich habe quasi nichts gelesen. Die Bücher stehen alle immer noch ungelesen hier und gucken mich sehr vorwurfsvoll an. Ganz so schlimm ist es dann dieses Jahr nicht, aber dazu gleich noch mehr. Abgesehen von den Büchern, die ich schon habe, interessieren mich von der Longlist auch noch, Ich gehe mal kurz durch. Der große Wunsch von Scherko Fatah, ich hoffe, das ist einigermaßen richtig ausgesprochen. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Charlotte Gneus, Gittersee, interessiert mich auch. Aber es geht da schon wieder um so eine dysfunktionale Familie und ich kann das gerade nicht mehr lesen. Ich habe gemerkt, ich bin voll mit diesen transgenerationalen Scheiß-Themen. Und das klingt so, als würde das da schon auch eine ziemlich große Rolle spielen. Dann Luca Kieser, weil da war etwas im Wasser, spricht mich allein schon wegen des Covers an, weil da ist ein Oktopus drauf und ich liebe Oktopoden. Und außerdem finde ich die Prämisse total interessant, dass dieser Oktopus also quasi mit jedem seiner Tentakel was erzählt. Das finde ich total spannend. Ich gehe jetzt nicht nochmal durch, worum es geht. Ich meine, ihr habt euch bestimmt inzwischen mit der Longlist genug beschäftigt. Von daher. Und dann von Thomas Olar, ich weiß nicht genau, ob man das, Doppler, finde ich, klingt super schräg und klingt super interessant. Das würde ich auch gerne noch lesen. Und Vatermal, da war ich mir auch ziemlich sicher, dass das auf die Longlist kommt. Ich bin mir ehrlich gesagt auch ziemlich sicher, dass es auf die Shortlist kommt. Das wird ja sehr, sehr gelobt von allen möglichen Menschen. Und ich will es auch unbedingt noch lesen. Deswegen hoffe ich auch, dass es auf die Shortlist kommt. Dann ist meine Motivation höher. Was ich auch noch sehr interessant finde, ist Katrin Röckler, Laufendes Verfahren. Ja, genau. Das sind die, die mich außerhalb der, die ich schon habe, auch noch interessieren würden. Realistisch gesehen sehe ich vielleicht Vatermal und weil da war etwas im Wasser, weil das finde ich echt, das klingt irgendwie, das ist glaube ich so mein Buch, dass ich die vielleicht noch lese. Mal gucken. Genau. Ich muss auch immer wieder sagen, dieses Ding hier ist echt toll, weil man da so ein bisschen, ich meine, man kann ja auch in die Leseproben im Internet reinlesen, aber das ist irgendwie so haptischer und dann blätter ich doch auch mal eher rein und gucke mir alles nochmal an. Also das ist echt eine schöne Sache mit diesem Leseprobenbuch. Außerdem finde ich es so fürs Archiv auch immer ganz nett. Dann kann man nochmal später, wenn man nochmal überlegt, ach, das Buch wollte ich ja auch nochmal lesen, dann kann man nochmal reinlesen. Finde ich irgendwie ganz nett. So, dann würde ich sagen, stelle ich euch jetzt mal die Bücher vor, die ich schon gelesen habe. Ich habe angefangen mit Theresa Preauers Kochen im falschen Jahrhundert, weil ich dachte, das ist vielleicht unterhaltsam und da komme ich erst mal gut ins Lesen rein. Es ist dann aber doch ein bisschen anspruchsvoller, als ich gedacht habe oder eben sehr speziell von der Schreibweise. Worum geht es da? Es geht um, ja, im Prinzip eine private Dinnerparty und da kommen verschiedene Pärchen zusammen, die sich eben zum Essen treffen und ich glaube, sie kochen nicht gemeinsam, sondern es gibt ein Gastgeberpaar, die eben etwas vorbereitet haben und dann kommen so verschiedene Themen auf den Tisch. Es geht irgendwie um gesellschaftliches und um politisches und privates auch und keine Ahnung. Also es ist so ein bisschen so ein Kammerspiel und wie gesagt, ich habe es ja abgebrochen. Ich bin bei, ja, ich habe nicht mal, ich habe 70 Seiten gelesen. Das Ganze hat ja irgendwie 170, ne, 190 sogar. Also jetzt eigentlich nicht so viel. Deswegen kann ich zum Inhalt auch noch nicht so viel sagen. was ich bisher mitgekriegt habe, ist halt, dass nicht so richtig so eine stringente Story erzählt wird, sondern eben eher so, ja, Themen immer wieder so aufploppen. Und irgendwie, als ich es gelesen habe, fand ich den Schreibstil irgendwie sehr speziell oder ich bin nicht so reingekommen in diesem Rhythmus der Sprache. Ich kann euch ja mal was vorlesen. Irgendwie jetzt, wo ich die Stelle gerade noch mal so Revue passieren lasse, finde ich es gar nicht mehr so schlimm, aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist doch irgendwie sehr speziell. Ich lese euch mal was vor, Seite 47. In der Küche richtete die Gastgeberin den Salat an. Sie vermengte Grünsalat mit Radicchio, mischte Birnenstücke und vorgekochte Rote Beete darunter und streute Pekannüsse darüber. Man sagte hier übrigens nicht Rote Beete, sondern Rote Rübe. Aber weder die überregionalen Kochbücher noch die Seiten des weltweiten Internets noch die multinationalen Hersteller konnten es sich leisten, Rücksicht zu nehmen auf die unterschiedlichen Varianten der deutschen Sprache. Der Ehemann war vom Passivrauchen auf dem Balkon zur Gastgeberin in die Küche gekommen. Alles gut, fragte er und legte der Gastgeberin seinen Arm um die Schulter, während sie die Vinaigrette über den Salat goss. Die Umarmung sollte freundschaftlich sein, fühlte sich aber zärtlich an und zu intim. Womöglich hatte die Vaterschaft das viel zitierte Kuschelhormon Oxytocin in seinem Gehirn produziert. Die Gastgeberin machte einen Schritt zur Seite, streckte sich und holte kleine Steingutschalen aus dem Küchenregal, außen grau und matt-schwarz, innen in verschiedenen Farben glasiert. Alles gut? Was sollte man auf solch eine Frage auch antworten? Sie drückte dem Ehemann fünf Schalen in die Hand, er nahm sie entgegen und seine Schultern senkten sich sofort. Das Steingut sah schön aus und modern, aber es war auch überraschend schwer und dadurch unpraktisch, letztlich ungeeignet für den täglichen Gebrauch. Die Generation der Mütter hätte die Gastgeberin vor dem Geschirrkauf warnen können. Die Generation der Großmütter wiederum hätte weniger die Mühe gescheut als vielmehr die finanzielle Investition. Auch sie hätten zwischen Geschirr für den Alltag und für den Feiertag unterschieden. Ja, das ist so, es sind sehr lange Sätze teilweise und ich glaube, was mich so ein bisschen genervt hat, ist, dass die Leute alle keinen Namen haben. Irgendwie geht es immer nur der Gastgeber, der Ehemann, der irgendwie so. Also es hat irgendwie so eine komische Distanz und in die bin ich nicht reingekommen. Ich schließe aber nicht aus, dass ich das Buch doch noch zu Ende lese, wenn mein Kopf ein bisschen freier ist, weil die Themen, die so behandelt werden, finde ich schon ganz nett. Also zum Beispiel das hier wie jetzt mit der Roten Beete und der Sprache, das ist was, was schon öfter vorkommt, dass es immer, man sagt hier nicht das, sondern das. Also so Dialekteigenheiten mag ich ja auch immer recht gern. Und ich glaube, das ist schon auch so ein zynisches oder ja so ein Buch mit einem Ton, den ich eigentlich sonst mögen würde, aber irgendwie hat es gerade nicht gepasst. Also ihr seht, es sind ja schon auch Zettel drin. Vielleicht, vielleicht lese ich es ja noch zu Ende. Mal gucken. Dann habe ich wie gesagt als nächstes Drifter gelesen von Ulrike Sterblich und das mochte ich wirklich richtig gern. Ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen, ob ich noch zusammenkriege, worum es geht, weil es ist ein bisschen kompliziert. Also der Kerntenor erzählt von zwei Freunden, nämlich Wenzel und Killer. Das sind natürlich nicht deren richtigen Vornamen. Ich glaube, der eine heißt Killer mit Nachnamen und der andere auch Wenzel. Also naja, wie das manchmal so ist. Also Wenzel und Killer sind seit ihrer Kindheit befreundet und sind jetzt beide schon erwachsen, berufstätig. Der eine hadert gerade so ein bisschen mit seinem Job und wechselt da was. Und ja, es ist halt, die Freundschaft steht halt auch vor der Herausforderung, mit dem Alter und dem Alltag mitzuwachsen und eben weiter diese Innigkeit zu haben, die sie als Kind schon hatten oder über die Jahre eben. Das ist ja auch so bei Freundschaften, dass man ja auch immer wieder gucken muss, passt das eigentlich noch zwischen uns. Und dann ist es so, also so beginnt das Buch eigentlich, dass Wenzel eine junge Frau in der Bahn sieht, die ihm auffällt, weil sie mit einem sehr auffälligen goldenen Kleid da sitzt und mit einem großen Zottelhund unterwegs ist. Und vor allen Dingen, weil sie ein Buch liest von Wenzels Lieblingsautor, nämlich Drifter. Deswegen heißt dieses Buch auch Drifter. Und dieses Buch hat irgendwie auch einen ganz merkwürdigen Titel. Ich glaube, es heißt irgendwie die Elektrokröte oder nur Elektrokröte oder irgendwie so ähnlich. Und Wenzel ist ganz aufgeregt, weil er von diesem Buch überhaupt noch nichts gehört hat und so denkt, hä, warum hat die denn ein Buch von Drifter und der hat ja lange nichts mehr geschrieben und so weiter und so fort. Und irgendwie kann er diese Frau nicht mehr vergessen und dann tritt sie auf einmal ständig wieder in sein Leben. Also er ist dann auf einer Party von alten Freundinnen eingeladen und da ist sie auf einmal auch und die Freundinnen wissen gar nicht, die können sich gar nicht erinnern, sie eingeladen zu haben oder überhaupt an sie erinnern. Wer erfährt denn ihren Namen? Sie heißt Vika und es stellt sich heraus, dass sie eine, ja so eine Art Influencerin ist, dass sie auf einer Videoplattform Videos hochlädt, die sehr speziell sind, so wie so, ja, künstlerische Performances schon und in denen sie immer wieder so Finanztipps streut, die wohl unglaublich wertvoll sind. Diese Videos kann man aber nur gucken, wenn man ein spezielles Abo abgeschlossen hat und es sind auch immer nur, ich glaube, drei Videos auf dieser Plattform zu sehen. Also die alten werden immer wieder gelöscht. Also es ist schon so ein bisschen speziell und sie tritt eben auch immer, sie hat immer diesen Zottelhund bei sich. Ab und zu ist auch irgendwie ein Rabe da, der auch in den Videos vorkommt. Dieser Hund kann irgendwie ganz besonders tanzen. Der Rabe wiederum kann sogar, glaube ich, sprechen oder auch irgendwie rechnen oder irgend sowas. Und sie hat immer so ominöse Begleiter. Also irgendwie ist das so ein Trio und das ist alles so ein bisschen geheimnisvoll und merkwürdig. Und diese Vika schleicht sich immer mehr so in das Leben dieser beiden Männer und sie zieht dann auch in die Wohnsiedlung, in der Killer auch wieder zurückzieht, weil er seine kranke Mutter pflegen muss. Und sie mietet dann da so eine ganze Wohnetage und macht da so Happenings. Und da passieren dann so ganz viele merkwürdige, surreale Dinge. Und das ganze Buch hat auch so einen Hauch von magischem Realismus. Und Vika mutiert so ein bisschen zu sowas wie eine gute Fee, quasi wie so eine moderne, gute Fee oder Hexe. Man weiß es nicht so genau. Also es passieren so kleine, kleine Dinge, wo man sich fragt, hä, wie ist das? Wie kann das denn passieren? So und es ist so ein bisschen so, dass Wenzels Welt so ein bisschen bröckelt. Und man hat das Gefühl, dass eben diese Freundschaft zwischen ihm und Killer, die eben auch auf eine Probe gestellt wird, die beiden finden sich irgendwie auch nicht mehr so zueinander. Er merkt, sie sind emotional entfernt, dass sich das so quasi in seiner ganzen Welt so widerspiegelt. Also dieses Umstülpen eines Weltbildes. Und dieses Buch ist auch sehr gesellschaftskritisch. Es greift ganz verschiedene Faktoren auf. Es geht schon vor allen Dingen sehr viel um Medienkonsum auch oder überhaupt, wie wir mit den Medien umgehen. Es geht um Digitalisierung ganz viel. Es gibt so eine herrliche Stelle, wo irgendwie ein, ich glaube, ein Nachbar erzählt, dass er, er geht immer laufen und das zählt er dann mit seinem Schrittzieher oder so einer Fitness-App oder so. Und er hat dann vergessen, sein Handy mitzunehmen oder sein Sportarmband oder ich weiß nicht. Und dann zerstört es ja die ganze Statistik, weil er ist laufen gegangen und jetzt zählt es aber nicht. Und es ist natürlich so doof, weil es natürlich trotzdem zählt. Also egal, ob die App jetzt mitgezählt hat oder nicht. Oder es gibt auch so ein, Wenzel spielt online immer solitär, glaube ich. und dann ist es auch, hat er irgendwie so einen schlechten Run und dann verhaut er sich seinen ganzen Score und kann es dann nie wieder so werden, wie es vorher war. Und dann greift er irgendwann zu einem Kartenspiel und macht es eben analog und merkt irgendwie, dass es viel entspannter, weil da kann er das einfach, macht er das so meditativ für sich. Und ich fand es irgendwie total interessant, weil ich mich auch dabei erwische. Ich habe ja auch so eine Schrittzähler-App auf meinem Handy. und wenn ich das dann nicht bei habe und trotzdem irgendwo hinlaufe oder jetzt gerade im neuen Job, dann läuft man viel im Haus hin und her oder bei mir ist das zumindest so. Und dann habe ich das Handy auch nicht jedes Mal dabei und dann denke ich auch, verdammt, jetzt zählt es gar nicht die Schritte. Und eigentlich bin ich viel mehr Schritte gegangen, als jetzt auf der App zu sehen sind und so. Und das ist natürlich total dumm, weil dem Körper ist ja völlig egal, ob da irgendeine App mit zählt oder nicht. Naja, und solche Sachen werden eben immer wieder angesprochen und eben auch dieses Social Media, diese komische Berühmtheit, die man darüber irgendwie erlangen kann, über diese Videoplattform zum Beispiel. Und was das Buch auch macht, ist so ein bisschen damit spielen, was Technologie eben auch machen könnte, wenn sie sich noch weiter entwickelt. Also die Vika hat dann wie so eine Smartwatch entwickelt, die aber nicht nur das kann, was eine normale Smartwatch kann, sondern auch die tiefsten inneren Gedanken und Wünsche aufzeichnet. Und dann auf einmal weiß eben diese Firma von Vika oder Vika auch Dinge von Wenzel, wo er denkt, hä, wie kann sie das denn wissen? Und sie weiß, wie sein Kinderzimmer ausgesehen hat und kreiert das dann nach in so eine Art Escape Room und so. Und das ist schon auch gruselig und das hinterfragt halt so ein bisschen, was lassen wir eigentlich alles mit uns machen, was so Technologie angeht, weil wir da so affin sind. Und es geht auch viel so um den Menschen allgemein und was macht der mit der Erde und überhaupt. Also es ist schon, da steckt irgendwie sehr viel drin. Und das Schöne ist aber, dass es alles so subtil irgendwie zwischen den Zeilen ist und immer nur so klein angepiekst wird und man sich das immer wieder so daran erinnert wird. Aber es ist nie so mit dem Holzhammer. Und ja, das Ganze ist sehr locker geschrieben. Man flufft da irgendwie so durch. Also für mich war das eine totale Überraschung. Ich hätte auch gar nichts dagegen, wenn es auf die Shortlist kommen würde. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber ja, das war ein schöner, ein schönes Leserlebnis. Eine Überraschung für mich. Also ich bin froh, dass ich es gekauft habe. So, dann habe ich als nächstes gelesen Risse von Angelika Klüssendorff. Dieses Buch ist mir im Zusammenhang mit dem Buchpreis ehrlich gesagt ein bisschen ein Kuriosum aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens ist das Buch ein Erzählband. Also für mich eindeutig. Auch beim Lesen. Ich habe immer versucht, das als Roman zu lesen. Aber es ist eindeutig ein Erzählband. Und zweitens ist es ein Erzählband, der neu aufgelegt wurde. Also der Erzählband, auf dem dieser Erzählband beruht, und ich glaube, der sich nicht so viel von diesem hier unterscheidet, ich weiß es aber noch nicht, aus allen Himmeln, ist vor ungefähr 20 Jahren erschienen. Also 2004. Nicht ganz 20 Jahre, aber fast. Und in dem Sinn, soweit ich es verstanden habe, ich habe mir den tatsächlich jetzt, den gibt es nicht mehr, den gibt es nur noch gebraucht und auch nicht mehr so oft. Ich habe ihn mir bestellt, aber irgendwie dauert es sehr, sehr lange, bis der ankommt. Ist halt, naja, über so ein Privat-Antiquariat. Manchmal dauert das ja dann länger. Hier drin sind zehn Erzählungen und in dem Original, also was heißt in dem Original, in dem damaligen Erzählband aus allen Himmeln, gibt es auch zehn Erzählungen. Und ich habe alte Rezensionen gelesen, zum Beispiel im Tagesspiegel und so. Und was die da beschreiben, klingt für mich auf jeden Fall genau das, was auch in diesem Buch hier drin steht. Das, was neu ist, oder so wie ich es verstanden habe, was neu ist, sind Kommentare von Angelika Klüssendorf, die am Ende von nicht allen, aber doch den meisten Erzählungen angefügt sind, wo sie das, was sie erzählt, noch mal näher an die eigene Biografie rückt. Also es ist ja so, dass dieser Erzählband quasi eine Vorgeschichte ist zu ihrem Roman Das Mädchen. Und das ist ja das Mädchen, April und dann Jahre später ist ja diese Trilogie, die halt zusammengehört, die ja auch erst, ich glaube, der erste Band, oh, jetzt muss ich lügen, 2011 erschienen ist, also auch dann nach diesem Erzählband, also da sind noch ein paar Jahre vergangen. Und die ich ja sehr mochte, also die Trilogie habe ich wirklich sehr gemocht. Und das ist ja auch eine autofiktionale Trilogie. Also man weiß, dass es relativ nah ist an der Biografie von Angelika Klüssendorf, natürlich mit Änderungen, so wie es beim autofiktionalen Erzählen immer ist. Aber dass eben vieles davon mit ihrer Biografie oder zumindest nicht übereinstimmt, aber zumindest nah dran ist. Und auch dieser Band liest sich relativ autofiktional, vor allen Dingen, wenn man eben erst diese Trilogie gelesen hat und erzählt Geschichten ja aus der Kindheit von April, auch aus dem jugendlichen Alter und es erzählt eben nochmal viel über die Beziehung zu der Mutter, zu dem Vater. Vieles kam mir auch so ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, es kommt in dem Mädchen dann auch nochmal irgendwie angedeutet wieder vor. Aber manche Sachen waren auch neu. Es war insgesamt wieder sehr, sehr hart. Also falls ihr die Trilogie nicht gelesen habt, das Mädchen, was eben auch in diesem Erzählband nur das Mädchen genannt wird, wächst in unglaublich furchtbaren Verhältnissen auf. Also ihr Vater ist Alkoholiker. Ihre Mutter ist sehr, sehr unglücklich und lässt das an ihren Kindern aus. Die Eltern sind oft nicht zu Hause. Manchmal lassen sie die Kinder, also das Mädchen hat noch eine jüngere Schwester, weiß ich nicht, ein, zwei Tage alleine zu Hause, weil sie eben feiern gehen wollen. Es gibt oft nicht genug zu essen. Sie werden geschlagen und so richtig gepiesackt. Psychologisch, also psychisch ist es auch ganz schlimm, weil sie nie wissen, was als nächstes passiert. Mal ist die Mutter sehr ihnen zugewandt und dann wieder aus irgendeinem Grund kommt das große Donnerwetter und man weiß eigentlich gar nicht, was gerade passiert ist. Und also es ist ein sehr unstetes Zuhause, was nichts mit Geborgenheit zu tun hat. Der Vater verlässt die Familie dann auch, hat eine neue Frau. Er ist außerdem, ja, er ist notorischer Lügner. Er stiehlt auch und ist dann irgendwo an der See, hat dort so eine Art Pension und das Mädchen besucht ihn und stellt ihm auch fest, dass ihr Vater übergriffig wird gegenüber einer Freundin, die sie da kennenlernt. Und Leute, solche Sachen, sie selbst ist halt auch Opfer sexuellen Missbrauchs. Sie ist im Kinderheim, wo es auch ganz schlimm ist. Und es sind nur furchtbare Geschichten. Es ist irgendwie, man hat das Gefühl, alles, was schlimm ist auf der Welt, einem Kind oder einer Jugendlichen passieren kann, passiert diesem Mädchen und das ist schon, also Content-Warnung wirklich auf jeglicher Ebene, die man sich so vorstellen kann. Es ist schon hart. Ich fand aber wieder, dass es gut geschrieben ist und Angelika Klüssendorf hat halt so eine Distanz und so eine nüchterne Sprache, die das Ganze erträglich macht. Aber es war schon ganz schön uff und ich, also dieses Buch lastet immer noch ziemlich schwer auf mir, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen schwer reingekommen bin, weil ich das Gefühl hatte, qualitativ sind die Texte noch nicht so gut wie später in der Trilogie. Es ist nun aber auch schon ein älteres Buch, das sei verziehen. Und ich glaube, ich habe mich wirklich schwer getan mit diesem Thema. Ich glaube, es war auch nicht gut für mich, gerade das zu lesen. Ich merke irgendwie, dass ich satt bin mit diesen dysfunktionalen Familienbüchern, transgenerationales Trauma. Mutterthema. Ich habe, glaube ich, zu viel gelesen in den letzten Monaten davon und das ist halt auch nochmal besonders harter Tobak so und deswegen, ja, schwierig. Und was eben überarbeitet ist, das wollte ich ja eigentlich sagen, jetzt schließen wir den Bogen dazu auch wieder, ist, dass es am Ende vieler dieser Erzählungen gibt es so kursiv gedruckte Ergänzungen von Angelika Klüssendorf und in diesen Texten ordnet sie die Erzählungen nochmal ein. Also sie rückt sie näher an ihre eigene Biografie, sagt, so oder so ist es vielleicht gar nicht gewesen, das habe ich dazu erfunden. Es gibt zum Beispiel so ein Kapitel, in dem sie, also in der Geschichte, versucht der Vater des Mädchens, sich mehrmals das Leben zu nehmen und immer an Ostern, also beziehungsweise immer, ich glaube sogar an den K-Tagen, an K-Freitag oder K-Samstag, eben passend zu der Jesus-Geschichte. Und letztendlich hilft sie ihm so ein bisschen dabei und das endet damit, dass der Vater stirbt, also dass es ja quasi erfolgreich ist, sich das Leben zu nehmen und das Mädchen überlebt. In dem Text, den sie da quasi anschließt an diese Geschichte, stellt sie klar, dass sie diese Geschichte kurz nach dem Tod ihres Vaters geschrieben hat, der an Lungenkrebs gestorben ist, ich glaube auch erst im hohen Alter. Und dass es zwar einen Selbstmordversuch gegeben hat, aber ich glaube nicht mehrere, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und dass sie das eben aber in der Geschichte, durch diese Wiederholung, auch die Wucht dieses Themas halt betonen wollte und dass sie eben in der Geschichte einen selbstbestimmten Tod geben wollte, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Und solche Texte sind eben da angehangen. Und ich glaube, diese Kommentare sind neu. Bei den richtigen Erzählungen weiß ich halt nicht, was neu ist. Ich hoffe, wenn das Buch kommt, ich werde jetzt vielleicht auch nicht nochmal alles lesen, weil ich glaube, das halte ich gerade nicht durch, aber dann kann ich vielleicht nochmal so ein bisschen abgleichen und euch ein Update geben. Ich hatte eigentlich gehofft, das Buch kommt bis zu diesem Video schon, aber so ist es nicht. Ja, und insgesamt ist das ein gutes Buch. Also wenn man diese Themen aushalten kann, dann ist dieser Erzählband, und ich muss nach wie vor sagen, dass ich Angelika Klussendorf wirklich, ich mag ihr erzählen und ich wünsche ihr jeden Preis. Also das ist, und ich gönne ihr jeden Preis. So ist es nicht, aber ich verstehe halt nicht, warum 20 Jahre alte Erzählungen, wenn auch überarbeitet, und vor allen Dingen Erzählungen auf der Longlist eines Buchpreises landen, der den besten Roman, und nicht Erzählband, Roman des Jahres auszeichnet. Und es ist kein neuer Text. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum das auf der Longlist ist. Auch wenn ich froh bin, es gelesen zu haben, und es ein gutes Buch ist, aber ich weiß nicht, was es auf der Longlist zu suchen hat, ehrlich gesagt. Also ich finde es irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, ob, ich muss nochmal gucken, ob die Jury dazu eine Begründung hatte. Mir ist es auch irgendwie nicht aufgefallen bisher, dass es jemand explizit bemängelt hat. Vielleicht bin ich da auch komisch. Was sagt ihr dazu? Aber ich finde es nach wie vor merkwürdig. Punkt. Ja, trotzdem gutes Buch mit, wie gesagt, Content-Warnung auf vielen Ebenen. Und dann habe ich noch gelesen Paradise Garden von Elena Fischer. Ich hatte mir davon erhofft, weil ich gelesen habe, dass das Buch irgendwie so ein bisschen hoffnungsvoll ist, dass ich mal wieder ein bisschen ein schöneres Buch lese, auch wenn ich natürlich um das Thema wusste und auch wusste, dass es jetzt nicht nur Eitel-Sonnenschein ist. Worum geht es? Es geht in diesem Buch um die 14-jährige Billie, die mit ihrer Mutter in einer Hochhaussiedlung lebt und die Familie hat nicht viel Geld. Die Mutter arbeitet in zwei Jobs. Sie putzt in einem großen Bürokomplex und abends kellnert sie noch. Und es ist nie wirklich viel Geld da, am Ende des Monats vor allen Dingen nicht. Aber was die Mutter eben macht, sie ist sehr fantasievoll, und irgendwie versprüht sie eine Lebensfreude und gibt die an ihre Tochter weiter. Und sie machen dann eben lustige Urlauber auf Balkonien, in denen sie dann mit dem Bikini da sitzen und irgendwie trotzdem so irgendwie was Leckeres schlürfen oder irgendwie solche Sachen. Sie erzählt nette Geschichten, sie fahren irgendwie mit dem halb kaputten Nissan durch die Gegend und solche Dinge. Die Mutter versucht, dem Kind das Leben halt sehr bunt zu machen. Und um das einzuführen, lässt sich Elena Fischer auch eine ganze Weile Zeit. Also wir erfahren sehr viel über diese Mutter-Tochter-Beziehung. Ich glaube, fast die ersten 100 Seiten sind irgendwie fast so darüber. Und das, was wir auch erfahren, ist aber, dass Billy nicht so viel über ihre Vergangenheit weiß. Also ihre Mutter spricht nicht über Billys Vater. Sie weiß nichts über ihn. Sie hat ihn auch nie kennengelernt. Und sie weiß, dass ihre Mutter eine schwierige Beziehung zu ihrer eigenen Mutter hat, die in Ungarn lebt. Und die Mutter ist, als sie noch relativ jung war, noch aus Ungarn fortgegangen. Und dann kommt diese Großmutter, beziehungsweise sie erhalten einen Anruf, dass die Großmutter sehr krank ist und die Mutter holt ihre Mutter nach Deutschland, weil sie sagt, sie bekommt hier die bessere Behandlung und sie ist eben ihre Mutter und sie will sich darum kümmern. Und die Großmutter zieht mit in diese Wohnung ein. Sie zieht in Billys Zimmer ein, was die richtig beschissen findet. Sie weiß eben auch, dass die Mutter hat das so angedeutet, dass sie als Kind auch geschlagen wurde von ihrer Mutter, als ihr Vater dann auch verstorben war. Und das kann Billy halt auch nicht so richtig verzeihen. Sie versteht halt nicht, warum ihre Mutter jetzt die Großmutter überhaupt geholt hat. Und da kommt es zu so ein bisschen Konflikten. Es kommt auch zu so einem leichten Bröckeln der Fassade von dieser gut gelaunten Fassade von Billys Mutter. Und dann passiert etwas, das steht ja auch schon im Klappentext, das ist kein Spoiler. Es kommt zu einem Streit zwischen der Großmutter und Billys Mutter. Und die Mutter stürzt und sie verstirbt, sie fällt auf den Tisch, glaube ich, mit dem Kopf oder auf irgendwas anderes Hartes und sie stirbt infolge der starken Kopfverletzung. Und jetzt ist Billy eben alleine. Ihre Großmutter ist auch noch im Krankenhaus zu diesem Zeitpunkt. Sie kommt dann aber wieder raus und will Billy mit nach Ungarn nehmen, was dir gar nicht passt. Sie kommt dann erst mal auch in ein Kinderheim, weil sie sagt, sie hat halt niemanden. Sie erwähnt ihre Großmutter nicht und haut aus diesem Kinderheim dann aber auch wieder ab, geht wieder nach Hause, trifft dann eben auf ihre Großmutter, weigert sich mit ihr, sie will nicht nach Ungarn und sie nimmt dann den Nissan ihrer Mutter und fährt los, um ihren Vater zu finden. Sie hat so kleine, kleine Anhaltspunkte, ein altes Foto, wo irgendwie sein Arm drauf zu sehen ist. Ich glaube, so ein Arm mit einem Anker-Tattoo oder irgendwie sowas. Und sie weiß irgendwie, ihre Mutter hat mal am Meer gelebt auf irgendeiner Insel und da sucht sie eben und sie fährt dann los und es ist so ein kleiner Roadtrip und sie kommt halt zu dieser Insel und ich sage mal so, das Ende ist ein Happy End. Und mich hat dieses Buch irgendwie, muss ich gestehen, nicht so richtig gepackt. Also ich lese auf Instagram vor allen Dingen ganz, ganz viele begeisterte Stimmen und habe es auch in der Presse durchaus auch begeisterte Stimmen gelesen. Ich kann das nicht ganz so nachvollziehen, aber das ist ja auch immer das ist ja totale Geschmackssache. Ich will auch nicht sagen, dass das ein schlechtes Buch ist, überhaupt nicht, aber irgendwie mir war das, glaube ich, alles, also sagen wir mal so, wenn man das als, wenn man das Buch als modernes Märchen liest, dann kann man es vielleicht akzeptieren, weil es ist wirklich alles, also klar, die Mutter stirbt und das ist hoch traurig und das hat mich emotional schon auch mitgenommen, gerade weil Elena Fischer sich so lange Zeit genommen hat, diese Mutter-Tochter-Beziehung einzuführen, die eben so harmonisch auf den ersten Blick ja auch scheint und so schön ist und Billy irgendwie ja so behütet doch aufwächst trotz der prekären Umstände und dann war dieser Tod und dieses Gefühl von Verlust war schon extrem und hat, also habe ich auch gespürt und das hat mich schon auch mitgenommen und ich weiß auch gar nicht, ob ich das Buch hätte weiterlesen wollen, wenn es noch mehr um diese Trauer gegangen wäre. Ich weiß nicht, ob ich das hätte aushalten können, aber dieses dann doch eher positive Umschwingen von der ersten wirklich auch schweren Trauer und Leere in dieses, okay, ich werde jetzt quasi zu meiner Mutter 2.0 und nehme mein Leben selbst in die Hand als 14-Jährige und fahre mit dem Auto ans Meer und allein schon diese Fahrt geht, mir persönlich ging mir viel zu glatt, also ein 14-jähriges Mädchen, was dann eben auch mal an einer Autobahnraststätte irgendwie essen muss und was irgendwie im Wald übernachtet oder am Straßenrand und da kommt niemand und sagt mal, müssen wir da vielleicht mal die Polizei holen. Es gibt eine so eine Situation, da kommt irgendwie, ich glaube, es ist ein Förster oder ein Jäger, der mal zu ihr kommt, wo man so denkt, oh Gott, jetzt passiert gleich was Schlimmes, dann passiert aber doch nichts Schlimmes, was natürlich schön war, nicht, dass ich es jetzt wünschen will, aber es gibt dann eben auch schon so märchenhafte Elemente, dann ist sie zum Beispiel irgendwie an der Autobahn in so einem Diner und sie bestellt ganz viel und dann ist da irgendwie so ein alter Mann, der ihr dann das Essen bezahlt und auch ganz freundlich ist und irgendwie noch ein Geburtstagslied quasi auflegt und sie, also nicht quasi, sondern auflegt und sie hat an dem Tag Geburtstag oder irgendwie so und das ist so ein bisschen, ja, wie so ein guter Zauberer oder so der gute Alte in irgendeinem Märchen, wisst ihr, was ich meine? Und es ist eben auch das ganze Ende, also wie sie auf diese Insel kommt, und dann das findet, was sie eben dort findet und wie das Ende ist, das ist halt schon sehr märchenhaft und sehr kitschig und mich hat das irgendwie, ich konnte mich darauf nicht einlassen, ich konnte mich auf dieses, diese unrealistische Harmonie nicht einlassen. Ich glaube, das ist bei mir eh so eine Diskrepanz, dass ich einerseits merke, ich kann diese schweren Bücher nicht mehr ertragen und wenn ich dann aber was sehr Harmonisches lese, dann kann ich es auch nicht so richtig annehmen, das ist so ganz komisch bei mir und ich glaube, gerade wenn es hier um sowas geht, wo es eben, wo eigentlich was ganz Schlimmes passiert ist und man erwarten würde, ja, das Mädchen muss damit irgendwie umgehen und diese Trauer verarbeiten und das ist ja auch traumatisch, sie war ja dabei, als ihre Mutter gestürzt ist und so, das ganze Leben bröckelt und dann kommt sie halt, ist es so ein bisschen so wie, ah ja, ich mache mich jetzt auf die Heldenreise und dann fluppe ich in ein neues Leben und alles ist schön. So ein bisschen ist dieses Buch und ich glaube, dass das viele, und so habe ich es auch gelesen in so diesen Mini-Rezensionen, dass das viele sehr gemocht haben und dass sie ihnen irgendwie Hoffnung und irgendwie Optimismus vermittelt hat. Ich habe es einfach nicht, ich konnte damit nichts anfangen und ich muss auch gestehen, dass ich das Buch jetzt nicht so spannend fand, also auch so schön ich es fand, dass sich Elena Fischer Zeit damit genommen hat, die Figuren einzufügen, 100 Seiten waren ein bisschen doll und ich habe dann auch mal gesagt, ja, wo geht das denn jetzt noch hin? Ich fand auch diesen Roadtrip, ich habe ja auch schon oft gesagt, ich bin jetzt eh nicht so ein Fan von diesen Roadtrip-Geschichten, aber fand ich jetzt auch nicht so spannend und das war alles so ein bisschen auch oberflächlich. Also ich finde, so ein modernes Märchen trifft es eigentlich ganz gut, weil eben auch die Figuren, die bleiben alle so ein bisschen märchenhaft, schämenhaft. Also die Mutter, die irgendwie so, ja, ich bin die gute Mutter, so wie im Märchen, so die gute Mutter, die verstirbt dann. Dann gibt es irgendwie die böse Großmutter, die dann aber vielleicht doch gar nicht so böse ist und dann gibt es diese Vaterfigur, die dann gefunden wird und die irgendwie auch so das pure Gute ist und es gibt diese komischen Figuren so am Rande und das ist, aber alles bleibt es irgendwie so ein bisschen oberflächlich und selbst Billy, finde ich, bleibt so in ihrem, ja, ich bin das quirkige Mädchen und ich habe gelernt, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und das mache ich jetzt auch. Also mir fehlte irgendwie so ein bisschen Tiefe in den Figuren, mir fehlten irgendwie so Punkte, an denen ich mich reiben konnte und das, ich weiß nicht, dieses Buch hat mich irgendwie nicht erreicht, was schade ist, weil, ja, also es ist kein schlechtes Buch, aber es ist so irgendwie ein bisschen unbefriedigend, fand ich das und das finde ich ja immer, das finde ich schlimmer als schlechte Bücher, unbefriedigend, ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass es viele, vielen wird es damit anders gehen und dann lese ich gerade die Inkommensurablen von Raffaela Edelbauer, ich mochte ja damals das Flüssige Land von Raffaela Edelbauer unglaublich, unglaublich gern, das fand ich richtig gut, Dave habe ich auch hier, habe ich aber noch nicht gelesen, warum auch immer, manchmal ist ja so und jetzt bin ich hier auch noch nicht so weit, noch nicht ganz bei der Hälfte, aber schon mehr als 100 Seiten gelesen und mag es sehr, es ist ein Buch, für das man wach sein muss, also zumindest mir geht es so, weil es schon auch, ja, so viel intellektuellen Input hat, sage ich mal, aber ich mag das hier sehr, also von daher ist es, ich habe das Gefühl, es ist genau mein Buch und das Ganze spielt an einem Tag 1914 im August, kurz bevor, ja, der Erste Weltkrieg in Österreich so richtig losgeht und man merkt halt so diesen, das wird auch schon in den Seiten, die ich gelesen habe, sehr deutlich, so dieses, diese Diskrepanz zwischen Menschen, die Angst vor dem Krieg haben, die aus ihrem Leben gerissen werden und dann aber auch diese Leute, die so völlig kriegsversessen sind und sich freuen, einziehen zu können und das war ja beim Ersten Weltkrieg wirklich so, dass vor allen Dingen viele junge Männer sehr euphorisch waren, in den Krieg ziehen zu können und quasi ihr Vaterland zu verteidigen und hier eben für den Kaiser dann auch zu kämpfen, also so, dass diese Gespräche sind auch sehr, ja, sind sehr lebendig in diesem Buch so und man merkt das so richtig, diese Euphorie und auf der anderen Seite eben die Nicht-Euphorie und es geht um verschiedene Protagonisten, Hans, der aus dem Tiroler Land kommt, dort ein Pferdeknecht war, jetzt nach Wien kommt, um sich einer Analyse zu unterziehen und es geht ihm auch dann, glaube ich, um diese Analystin, Helene heißt die, dann geht es um Clara, eine junge Frau, da weiß ich noch nicht so viel über sie, ich glaube, das kommt noch und um einen anderen jungen Mann, Adam heißt der, der auch bei dieser Analystin Patient ist, der aus einer Militärfamilie stammt und schon von Kind auf gequält wurde mit diesem Militärunsinn und jetzt eben auch, der Vater ist schon ganz stolz, dass er dann da eben als Offizier in den Krieg zieht und er will das aber gar nicht, er will Musik machen und seine große Leidenschaft ist die Bratsche und die klassische Musik und das clasht eben, das merkt man jetzt schon und ja, es geht um diese vier Leute und das Spannende finde ich, dass das wirklich alles an einem Tag passiert und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt ist schon total viel passiert, aber ich genieße das total, wie Rafaela Edelbauer das alles schreibt, also so mit ihrer Sprache, die irgendwie auch so passend an das Setting von 1914 so ein bisschen veraltet klingt, so als würde man Klassiker lesen und auch sehr intellektuell und sehr österreichisch teilweise auch, was ich aber auch sehr mag, also so diese österreichischen Slangwörter oder nicht mal Slangwörter, sondern einfach diese österreichischen Sätze, Wörter, die da eben drin vorkommen, ich liebe das ja sehr und es ist alles sehr klug und es ist natürlich voll geballert auch mit mit ja Kultur aus der Zeit und aber ich liebe es total, ich finde, also mir gefällt es bisher richtig gut und ich drücke ein bisschen die Daumen, ehrlich gesagt, dass sie auf der Shortlist landet, das würde ich ihr sehr gönnen, aber so oder so werde ich es auf jeden Fall zu Ende lesen, auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht bis Dienstag schaffe, aber das mag ich sehr, also bisher ist das für mich ein gutes Leserlebnis und es ist auch immer was anderes, weil es nicht kein eurtofiktionales Buch ist und es zwar auch schon um Familienthemen ging, aber nicht so vordergründig und ich mag, dass mir irgendwie mal eine Geschichte erzählt wird und was Historisches und es ist, ah, also ich mag es bisher sehr, sehr gern, aber ich komme nicht so schnell voran, weil es doch, es ist sehr viel Input und man, ich merke, mein Kopf ist nicht wach genug gerade dafür, um das so viel auf einmal aufzunehmen, aber es macht ja auch nichts, man kann ja Bücher auch mal langsam lesen und das ist auch schön. Ja, das war jetzt sehr ausführlich zu den Büchern, die ich schon gelesen oder zumindest halb gelesen habe, die auf der Longlist sind, wie gesagt, die Bücher, die mich noch interessieren, habe ich schon genannt und viel mehr werde ich jetzt wahrscheinlich vor Dienstag auch nicht schaffen, also ich bin schon froh, wenn ich Raffaella Edelbauers Buch zu Ende lese, ich denke nicht, dass ich das heute noch beenden werde, wenn doch, dann vielleicht nehme ich mir dann Kochen im falschen Jahrhundert doch noch mal vor für den Montag, aber naja, es ist eher unrealistisch und ja, dann bin ich sehr gespannt auf die Shortlist am Dienstag, ich würde mal sagen, also rein vom Gefühl, mein Shortlisten-Orakel, sechs Titel, Vater mal, denke ich, ich denke, dass die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe drauf landen wird, sind wir zwei, dann, ich hoffe ein bisschen auf Monde vor der Landung von Clemens Setz und die inkommensurablen, meine Güte, dieses Wort, ich habe auch noch nicht so richtig kapiert, was es eigentlich bedeutet, auch wenn es schon erklärt wurde, aber ich muss es mir nochmal in Ruhe, glaube ich, nochmal einsinken lassen, von Raffaella Edelbauer, also sind wir bei vier und dann weiß ich nicht so richtig, ich könnte mir vorstellen, das laufende Verfahren, wenn das gut ist, vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, Maman, das wird von vielen sehr gelobt, ich könnte mir Theresia Mora vorstellen, aber das sind jetzt alles so Dinge, das habe ich alles nicht gelesen, Gittersee könnte ich mir auch vorstellen, ja, oder Birubitschan von Tomadotan Dreyfuß, ich hoffe jetzt einfach, also ist ja meine persönliche Shortlist jetzt, ich hoffe einfach für mich, dass Doppler raufkommt, damit ich es lesen noch, für mich motiviert bin es zu lesen und weil da war etwas im Wasser, ich finde das klingt halt so speziell, dass es irgendwie, also sehr besonders und irgendwie hoffe ich, dass es da draufkommt, haben wir dann drei Frauen und drei Männer, doch ja, dann wäre es auch ausgeglichen, also ja, das wäre jetzt so mein Orakel für die Shortlist, wahrscheinlich ist es dann ganz wieder anders, aber bei Anne Rabe und Vater mal bin ich mir schon relativ sicher, muss ich gestehen, ja, genau, und das war mein Video zum Buchpreis, das war jetzt glaube ich etwas länger, aber dafür hatte ich mich ja davor auch nicht so richtig gemeldet, nur in so kleinen Kurzvideos, ich weiß gar nicht, ob die bei euch überhaupt angekommen sind, die verschwinden ja immer so ein bisschen auf YouTube und ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Longlist gelesen habt, ob euch die überhaupt interessiert hat dieses Jahr und vielleicht auch, was ihr denkt, was auf die Shortlist kommt, wenn ihr noch Empfehlungen habt, dann auch gerne damit ab in die Kommentare und dann mal gucken, was ich noch so schaffen werde und ja, ich bin wirklich gespannt auf die Shortlist, weil die Longlist mich echt so, ich stand davor und dachte so, hä? Okay. Es ist auch immer, ich finde es so erstaunlich, dass dann irgendwo so Bücher aufploppen auf dieser Liste, wo ich so denke, hä, ich gucke doch schon die Vorschau immer durch, wo kommt ihr denn her? Ja, auf der Shortlist wird das jetzt natürlich ein bisschen anders, aber ja, also ich bin nicht ganz so into it dieses Jahr, was aber einfach der Arbeitssituation geschuldet ist und dafür habe ich dann doch gar nicht so wenig gelesen. Ich hätte tatsächlich gedacht, ich schaffe gar nichts. Also ja, gut, damit schließen wir dieses lange Video. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas daraus mitnehmen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder wann auch immer ihr das seht. Gute Lesestunden und bis hoffentlich bald. Bis dann. Tschüss.